Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über die Nutzungsbedingungen der größten Social-Media-Kanäle. Als Content-Creator ist es super wichtig, die Richtlinien der Plattformen zu kennen, auf denen man unterwegs ist. Nur so kann man sicher gehen, dass der eigene Content den Vorgaben entspricht und keine Verstöße begeht. In diesem Video gebe ich euch einen Überblick über die Nutzungsbedingungen von YouTube, Facebook, TikTok und Instagram. Ihr erfahrt, worauf bei eigenen Beiträgen geachtet werden muss und welche Verhaltensregeln gelten. Ob Urheberrecht, transparente Werbung oder Jugendschutz, ich fasse die wichtigsten Nutzungsrichtlinien übersichtlich zusammen. So wisst ihr immer, was erlaubt ist und wo Fallstricke lauern. Also macht es euch gemütlich und kommt mit mir auf einen zweiminütigen Roadtrip durch die Social-Media-Nutzungsbedingungen. Viel Spaß! YouTube YouTube gehört Google. Mit der Nutzung akzeptierst du die Regeln. Du behältst die Rechte an deinen Videos, gibst aber YouTube-Nutzungsrechte. Sei vorsichtig mit Urheberrechten. Keine Hassrede oder Gewalt. YouTube kann bei Verstößen Videos löschen und Accounts sperren. Sei respektvoll und halte dich an die Gesetze. Lies die vollständigen Richtlinien. Facebook Facebook ist ab 13 Jahren. Puste keine falschen Informationen oder Hassrede. Respektiere die Privatsphäre anderer und veröffentliche nichts ohne Erlaubnis. Halte dich an Gesetze und Fassbuchs-Standards. Authentizität ist ein Muss. Facebook kann bei Verstößen Inhalte löschen und dich sperren. Sei respektvoll und check die Nutzungsbedingungen. TikTok TikTok gehört bei Deins. Keine Nacktheit, Gewalt oder Mobbing. Sei vorsichtig mit privaten Informationen. Verletze keine Urheberrechte mit deinen Videos. Verbreite keine Falschinformationen. TikTok behält sich vor, Inhalte zu löschen und Accounts zu sperren. Sei kreativ aber, denk an die Community-Richtlinien. Instagram Inhalte müssen authentisch sein. Kennzeichne Werbung ordnungsgemäß. Verletze keine Urheberrechte. Sei ehrlich und transparent. Belästigung und Hassrede sind verboten. Instagram kann bei Verstößen Inhalte entfernen und Accounts deaktivieren. Sei respektvoll und lies die Nutzerrichtlinien.